Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo? Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Erzähl den Namen. Nadja. Leon. Komm. Jedl ist schon zu gehen. Kommst du nicht mit? Kann ich. Arbeit lässt sich zu. Schade. So ein Arschloch. Boah, es reicht. Nadja Stecher ist Bademeister. Erst damit, dass der der letzte Nacht für ihr war. Schon fertig mit der Arbeit? Scheiße. Ich habe ein Buch geschrieben. Der Kollege findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Wie soll denn dein Buch heißen? Club Sandwich. Club Sandwich? Scheiße. Ist doch ein guter Titel. Club Sandwich? Habe ich es mal lesen gehabt? Auf keinen Fall. Verstehen wir dich falsch? Schon gut. Ich habe es verstanden. Die ist ja nett. Die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Asche! Asche! Macht Angst, oder? Ja. Merkst du irgendwas noch? Siehst du irgendwas, was um dich rum passiert? Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Ich finde es mir ja noch ein bisschen großartig. Komm doch mit.